hallo und herzlich willkommen bei der heutigen daily challenge bei realman legends es geht endlich mal wieder ab in den tiefen abgrund und ja wir müssen 1209 meter schaffen und ihr seht es ist gleich der erste versuch den wir heute machen und das heißt ja normalerweise eigentlich dass es noch recht einfach ist es ist schon recht spät am abend eigentlich auch das heißt also so die ganze creme de la creme so player hat eigentlich jetzt auch schon so ihre plätze gemacht und hat sich schon mal eingespielt das heißt der platz oder die meterzahl die wir heute bekommen die wird wahrscheinlich dann auch so bis morgen bleiben so aber schauen wir uns das ganze jetzt hier einmal an vom schwierige grad her ist es eigentlich am anfang recht einfach mich wundert dass so viele domen jetzt hier auch schon am anfang kommen das ist eigentlich recht ungewöhnlich weil normalerweise ist hier eigentlich am anfang so wirklich so die ersten 300 meter kann man einfach sich fallen lassen so quasi aber wir sind hier schon bei 200 300 meter marke kommen jetzt hier in den schreckbereich hier wieder die seitenfliegel ja einmal springen lassen hopp das kennen wir auch von den sammler so schnell wie möglich ein spielen so hier einmal durch ja auch wieder aufpassen dass wir nicht einfach zu schnell sind aber wir können uns ja beim fall ohne ende können wir uns ja so viel zeit lassen wie wir irgendwie brauchen es kommt ja wirklich nicht drauf an und man kann sogar zwischendurch pause machen es ist alles gar kein ding es gibt genügend möglichkeiten hier jetzt sonst keiner außer diese looms die meistens dafür sorgen halt eben dass wir mehr risiken einnehmen die wir eigentlich irgendwie sollten hier haben wir schon die nächste pause die 500 meter pause hier die stelle ist natürlich allgemein dass wir uns hier das seil direkt rein treibt hier ganz vorsichtig durch wir lassen uns alle zeit die wir haben so hier einmal durch einmal drüber ja auch wieder ganz vorsichtig über die ringe drüber gar nicht großartig jetzt so da kann jetzt auch nichts großartiges passieren es war knapp 700 meter sind inzwischen das heißt wir haben schon mehr als die hälfte hier auch ganz vorsichtig durch wenn ich das sehe denke ich immer da kommt dieses mit weiterschwingen aber das war es wohl jetzt nicht gut wir haben die nächste pause 750 meter jetzt hier da müssen wir uns ein bisschen beeilen nicht dass wir hier zerquetscht werden noch einmal weiter einmal hier ganz vorsichtig durch ihr seid ich werde jetzt auch schon immer ein bisschen langsamer weil ja mal jetzt zieht schwierigkeitsgrad natürlich langsam ein bisschen an okay stampfer kennen wir da müssen wir nicht großartig da kann ich mich wieder ein bisschen beeilen ja auch noch mal die seiten klatscher einmal ganz vorsichtig wir haben 1000 meter ja auch wieder ein stampfer das heißt ich mache wieder das beliebte sprungspiel so hier einmal so und jetzt wieder ganz vorsichtig wir möchten ja die gold marke noch knacken auf jeden fall so hier einmal das sieht wieder nach einem klatschen von oben aufs dritte auch wieder kennen wir können wir uns ein bisschen beeilen und jetzt wieder ganz vorsichtig ganz langsam okay hier da kann uns nichts passieren wir gehen einfach ganz langsam durch okay da konnte ich mich am anfang nicht entscheiden aber die beste möglichkeit ist natürlich links vorbei hier auf den schlag achten dass wir zwischendurch halt eben schlag machen damit wir die fluggeschwindigkeit ab welchen so und dann haben wir eigentlich auch schon die gold marke geknackt wir müssen hier noch durch den dick darm durch kennen wir und dieses teil ist natürlich auch uns bekannt kennen wir und damit haben wir auch schon die 1250 meter pause uns verdient so jetzt fängt es wieder langsam an mit seilen die kennen wir ganz vorsichtig durch und dieses teil das wird wahrscheinlich die meisten jetzt halt eben so ein bisschen zu klatschen ja so wie mich auch ich danke euch vielmals fürs zuschauen das war die heutige daily challenge und ja schauen wir mal welchen platz wir heute bekommen haben und wir haben platz 25 von 368 die schon mitgespielt haben ja das geht es ist top 10 prozent das können wir heute lassen ich danke euch vielmals fürs zuschauen und hoffentlich hat es euch was gebracht und ansonsten sehen wir uns dann morgen vielleicht mache ich auch nachher noch mal eine runde ich schaue bis dann 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 bis dann